Sehr geehrte Fahrgäste, wegen Tunnelüberhitzungen fahren die H-Züge als Verstärkerzüge auf den S-Bahnlinien 3, 5, 7, 9 und 75. Die F-Züge sind auch davon betroffen. Sie fahren als Verstärkerzüge auf den Buslinien M11, M29 und M46. Es wurden Gelenk- und Doppelstockbusse für den Einsatz der U-Bahnlinien 5, 6, 7, 8 und 9 ausgesucht. Wir bitten um Ihr Verständnis, vielen Dank!